Da steht er. Typ EC135 P2. Luftfahrzeugkennzeichnung DHPNE. Rufname Phoenix 97. Ausgestattet mit allem, was die neueste Technik zu bieten hat. Und für rund 10 Millionen Euro ist das so einiges. Nächstes Jahr kommt mit Phoenix 98 noch ein weiterer Hubschrauber vom Hersteller Airbus Helikopters Deutschland hinzu. Die Investition war dringend nötig. Die neueste Generation wird die über 35 Jahre alten Vorgänger ablösen. Gut investiert, das betont auch Innenminister Boris Pistorius vor den zahlreichen Medienvertretern und geladenen Gästen am Hannover Airport. Wir brauchen eine Hubschrauberstaffel, wir brauchen eine, die auch mit den Fluggeräten in vertretbarer Zeit an jedem Standort sein kann. Das sind bei uns 30 Minuten. Dafür braucht es ein modernes Fluggerät, dafür braucht es entsprechende Ausstattung. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute den ersten von zwei neuen Airbus Hubschraubern in Dienst stellen konnten. Das ist eine gute Entscheidung, eine teure Entscheidung, aber eine, die viel Freude macht und die vor allem die Polizei noch besser in den Stand versetzt, ihre wichtige Arbeit auch in entlegeneren Gebieten wahrnehmen zu können. Um die Einsätze effektiv, sicher und präzise zu fliegen, hat die Polizeihubschrauberstaffel an den Hersteller schon einige Ansprüche gestellt, die man im Werk von Airbus Helikopters aber problemlos umgesetzt hat. Das Wichtigste bei einem Polizeihubschrauber ist, dass er sehr leistungsfähig ist, dass er leise ist, aber insbesondere auch, dass er sehr gut ausgestattet ist. Also das technische Equipment im Hubschrauber macht ihn dann zum Polizeihubschrauber. Pilot Kersten Barlock durfte den Neuen die rund 400 Kilometer lange Strecke vom Werk in Donauwörth nach Hannover überführen und ist nicht nur von den Flugeigenschaften begeistert. Bei seiner ersten Landung auf niedersächsischem Boden war Hannover Airport TV exklusiv dabei. Nicht nur die Wärmebildtechnik, auch die Kameratechnik, die Übertragungstechnik ist einwandfrei. Wir können ganz tolle Bilder liefern. Und für diese Bilder verantwortlich Bildoperator wie Detlef Fricke. Die Kamera, die wir hier dran haben, ist das derzeit aktuelle und in Anführungsstrichen beste, was es auf dem Markt gibt. Großes Feld ist hier die Suche nach Vermissen, hilflose Personen, Suizidenten, Kinder, alte Leute. Das ist eigentlich so das Hauptaufgabengebiet. Nach einer kurzen Runde über Hannover wird das neue Einsatzgerät noch standesgemäß getauft. Im Jahr 2014 flogen die Hubschrauber der Polizei Niedersachsen rund 1500 Einsätze. Der EC 135 P2 gehört zu den modernsten Polizeihubschraubern und wird das Team der Polizei Niedersachsen bestens unterstützen.